Musik Wir sind im nächsten Part angekommen. Man, sie haben ihr Ziel leider noch nicht erreicht. Scheiße. Äh, die beste Überleitung. Ever. 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 Äh, natürlich wird's schon wieder Nacht. Das ist natürlich immer mal das Beste ever bei Minecraft. Wenn man hier was schaffen will und es wird Nacht. Oh, shit, ey. Ich muss jetzt mal labern. Jetzt ist das Radio oder so. Schon wieder so laut. Ey, Mensch, 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 ey. Kann man nicht mehr in Ruhe aufnehmen hier. Ey, Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ach, das wird ne... Zieht das noch ein weiter rüber? Ne, das sieht, glaube ich, schäbig aus. Hätte ich gesagt, oder? Sieht das schäbig aus? Was sorgt ihr denn dazu? Sieht das schäbig aus? Oder nicht? Oder nicht? Ich hoffe mal nicht, oder? Ich hoffe mal nicht, oder? Das ist Part 26, wir gehen wieder auf die 30 zu, yay. Dann haben wir wieder 10 Parts geschafft. Und einen Tag aufgenommen. Ja, ich bin hobbylos. In den Ferien nicht. Ich spiele genug Basketball. Ja, Basketball. Spiel Basketball! Yay! Ui, hier kann ich ja nicht mal mit relativem Speed laufen. Mach ich den auch mal hier hin so, vielleicht. Kann ich die da alle so weghauen. Ne? Ich glaube, ich habe nicht... Oh, shit happens. Ich glaube, ich habe nicht genug Stufen. Oder habe ich noch einen 64er Stick? Nein, habe ich nicht. Scheiße. Und das ist nicht mehr so viel Holz. Das wäre eigentlich jetzt auch nicht alles... Hm. Shit. Scheiße, Eise, Eise, Eise. Jetzt müssen wir vielleicht da drüben mal weitermachen. Mal erstmal so weit, wie es geht, hätte ich gesagt. So. Aber das ist... Ach. Shit. Da habe ich ja nicht noch eine Axt dabei. Uuuh. Ich muss mir leider noch eine neue machen, aber... Das geht ja hier auch. Wir haben hier mittlerweile eine... Uuuh. Shit. Bullshit. Ich habe ja schon soft shit happens gesagt. Jetzt sage ich mal Bullshit. Bullshit. Scheiße. So, und wenn ich jetzt hier runtergehe, komme ich hier gleich nicht wieder rauf. Höhö. Das ist natürlich das Beste. Wollt schon sagen, das... Ein paar jetzt nicht. Was war das denn für ein halbiger Leck? Leck? Das... Leck, 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 Leck. So, ich hätte gesagt, dann machen wir uns erstmal eine neue Axt noch schnell. Und dann holen wir uns jetzt nochmal eine Runde Holz, weil das reicht natürlich nicht. Wipe-Points habe ich drin. Okay. Uuh. Ist hier eine Höhle? Höhle? Ähm, nee, ich glaube, da gehe ich jetzt diesmal nicht rein. Ein anderem Mal. Okay. Ja, okay. Okay. Boah, ernsthaft. Boah, ernsthaft. Hammer. Eine Mühle nach andern hier vor Haustür. Ah, Haustür. Wollte ich noch machen. Stichwort Haustür. Können wir immer gebrauchen. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Tralala. Nein. Ich sing den Song nicht weiter. Yay, we have Kohle. Okay, wir... Nein. Ein anderem Mal. Ein anderem Mal. Nein, sonst komme ich erst davon ab. In Höhlen halte ich mich stundenlang sonst auf. Okay, die Bäume am Strand. Nein, die kann ich da eigentlich lassen. Zum Baum am Strand ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ernsthaft? Nicht echt jetzt. Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich sowas von verarscht, ey. Ich weiß, was wir die nächsten 100 Parts machen werden, ey. Alter. Alter, alter, alter. Und das ist wahrscheinlich... Oh, habe ich mich erschreckt. Das ist wahrscheinlich die eine große. Und hier ist alles voll Eisen, ey. Ich fühle mich sowas von verarscht von dieser Welt hier gerade, ey. Ich fühle mich so verarscht. Ich habe noch irgendwo Eisen gesehen gehabt, glaube ich. Da. Hier geht's auch noch weiter, ey. Alter. What the fuck. Ähm, schön. Okay, jetzt haben wir ein bisschen abgelenkt von unserer Holzhol-Tour. Verarschen? Die Welt mobbt mich hier, ey. Die Map mobbt mich. Boah. Oh, jetzt auch nicht ernsthaft, ey. Oh. Leute, ey. Die nächsten 200 Parts haben wir was zu tun, habe ich das Gefühl. Wie habe ich jetzt 39? Wir haben die nächsten 200 Parts was zu tun. Das Minecraft-Let's Play wird aber mal richtig hart, ey. Danach werden wir bestimmt hunderte von Diamanten haben oder so, ey. Ach so, hier sind wir jetzt. Okay. Da hinten auf... Da hinten auf diesem Berg, da wäre auch nochmal ein schönes Plätzchen für was. Das ist eigentlich... Ganz cooler Ort hier so. Insgesamt 64 und 5. Okay. Ich finde... Hier in der Savanne. Können wir den Part auch jetzt beenden. Gucken wir in mitten... Scheiße. Blick in die Höhle. Okay. Ciao.